So, jetzt kommt das Lied über den Europäischen Rat. Das ist ein Gremium, wo die Regierungsrede zusammensitzen. Es gibt auch die Ministerrede. Und sie sind undemokratisch, weil man eigentlich nichts erfährt, was wird denn da besprochen, was wird denn da verhandelt. Aber sie sind unsere Volksvertreter. Der Europäische Rat, der hinter verschlossenen Türen tagt, Schoder-Demokratien sagt, jetzt mal Offenheit wahr. Wie kämpft ihr für Menschenrechte? Was gute Lösungen quächtet, das ist unverhandelbar. Der Europäische Rat, der hinter verschlossenen Türen tagt, Schulden-Demokratien sagt, jetzt mal Offenheit wahr. Wie lasst ihr laufen Korruption? Die wahren Täter kennt ihr schon. Das ist unverhandelbar. Wo Bürger muss entscheiden, Diskussion offen einleiten. Das ist unverhandelbar. Der Europäische Rat, der hinter verschlossenen Türen tagt, Schulden-Demokratien sagt, jetzt nur endlich mal Offenheit wahr. Was macht ihr mit Richtlinien? Setzt auf falsche Schienen. Das ist unverhandelbar. Wer wählt EU-Regierung? Parlament gehört die Führung. Das ist unverhandelbar. Der Europäische Rat, der hinter verschlossenen Türen tagt, Schulden-Demokratien sagt, jetzt endlich mal Offenheit wahr. Der Europäische Rat, der hinter verschlossenen Türen tagt, Schulden-Demokratien sagt, jetzt endlich mal Offenheit wahr. Wie wollt ihr weiter verhandeln und Europaschow verschandeln? Unsere Rechte werden warm. Die sind nicht verhandelbar. Dankeschön.